Ich begrüße ganz recht herzlich alle anwesenden Kollegen von der Presse. Wir haben ja das ein oder andere gerade schon in Sachen Interviews abgeregelt, aber trotzdem möchte ich all diejenigen vorstellen, die jetzt heute hier bei dieser Pressekonferenz sind. Und zwar fange ich da einfach mal an mit unserem Geschäftsführer Sonnenklar TV, Andreas Eickelkamp. Herzlich Willkommen. Mit unserem Marketingdirektor Thomas Kriener. Hallo. Und ich denke mal, die beiden brauche ich gar nicht mehr vorstellen. Carmen und Robert Geis. Schön, dass ihr da seid. Morgen. Hallo, guten Tag. Wir werden es so machen, am Anfang ein paar aufklärende Worte zum Thema Sonnenklar TV. Wie gibt es hier keinen Applaus? Es gibt hier keinen Applaus. Na, das ist schön. Bei der PK gleich den Applaus, so muss das sein. Am Anfang ein paar aufklärende Worte zum Thema Sonnenklar TV. Was ist Sonnenklar TV? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der von uns noch nicht so viel gehört hat. Wobei das darf ja eigentlich nicht sein, als Europas Reiseverkaufssender Nummer 1. Und deswegen möchte ich Andreas Eickelkamp, unseren Geschäftsführer bitten, ein paar Worte diesbezüglich einfach mal aufklärend in die Runde zu werfen. Genau. Sonnenklar gibt es in der Zwischenzeit seit zwölf Jahren. Wir haben um die 500.000 Gäste pro Jahr, die wir in den Urlaub befördern. Wir haben eine typische Multi-Channel-Strategie, bedeutet 60 Stunden Live-Fernsehen pro Woche. Wir haben unsere eigenen Reisebüros, über 200 Stück in der Zwischenzeit. Natürlich Internet, die ganzen neuen Medien, unsere eigene Sonnenklar-App. Wir versuchen wirklich auf allen Wegen unterwegs zu sein, um den Urlauber zu erreichen. Und freuen uns jetzt eben über die Familie Geis, dass wir sie auch an unserer Seite begrüßen dürfen. Okay, und zum Thema, warum Familie Geis und Sonnenklar-TV? Ich meine, sie ist nicht eigentlich auf der Hand, weil die beiden sind in der ganzen Welt unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, Thomas, du als Marketingdirektor, du hast dir natürlich was dabei gedacht. Vielleicht dazu auch ein paar Worte. Ja, du hast es ja schon gesagt, die beiden stehen natürlich für das Thema Reisen wie kaum ein anderes Promi-Paar hier in Deutschland. Wir kriegen es wöchentlich in ihrer Doku mit. Die beiden stehen aber auch dafür, dass sie nicht unbedingt das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und das ist auch unser Credo. Wir wollen hochwertige Reisen zu einem bezahlbaren Preis. Wir planen mit den beiden eine TV-Kampagne. Aber uns war es auch wichtig, jemanden zu finden, mit dem wir auch Hotels, Destinationen checken können. Und diesen hochwertigen Hotels dann eben auch einen Geissenstempel oder einen Geissen-OK geben können. Also wir planen wirklich eine sehr intensive Kooperation mit den beiden. So, das ganz kurz am Anfang. Und jetzt würde ich bitten, ich weiß nicht, wo ist das Mikrofon? Wo haben wir das Mikrofon unterwegs? Ich würde jetzt bitten, die Fragen zu stellen. Und zwar auch bitte, für wen die Fragen gestellt werden und den Namen dazu. Wir eröffnen hiermit die offene Fragerunde. Wie in der Schule? Wie in der Schule, ganz genau. Einer nach dem anderen. Mit Handzeichen. Aufstehen auch noch? Nee, das können wir lassen. Sechs Sätzen. Okay, keine Art Fragen? Keine Art. Keine Fragen? Schön, dann gehen wir mit der Gäste. Das ist doch schön, das ist doch alles direkt schon geklärt, oder? Also, wer möchte in Urlaub fahren? Hand hoch. Ah, das ist der Rahmen schon eins. Sieht da hinten gerade eine Wortmeldung? Nee, die Dame wollte nur in Urlaub fahren. Achso, das war's. Keine Frage. Die schreibende Presse... Okay. Okay, das ist ja... Das ist ja was in der Hand gewesen. Wir haben alle Fragen in dem Urlaub geantwortet. Ja, ich glaube auch. Ja, nein, weil ich es schade finde, Sie haben hier die Pressekonferenz und keiner fragt. Also, ich frage jetzt, mein Name ist Petra Zichers für die Zeitschrift Das Neue Blatt. Was ist für Sie wichtig im Urlaub? Luxus wahrscheinlich, ja oder nein? Oder was ist Luxus für Sie? Ja, Luxus gehört natürlich auch zum Urlaub dazu, aber sollte auch, ja, bezahlbar sein. Weil, wie er schon sagte, das ist bei uns natürlich auch, wir gucken auch auf den Euro. Ich werfe das Geld nicht einfach so raus und möchte auch für mein Geld was haben. Man bekommt auch viele Sachen, sehr teuer angeboten, die dann nicht gerade sehr gut sind. Und ich glaube, dafür stehen wir auch. Wir können sowas auch beurteilen, weil wir wirklich in der Welt schon viel rumgekommen sind. Gibt es einen speziellen Aspekt, was für Sie besonders wichtig ist, was Sie unbedingt brauchen im Urlaub? Ja, meine Frau braucht natürlich einen Friseur und einen Schulladen. Wenn das verbraucht ist, dann ist der Urlaub eigentlich schon perfekt. Weil ich weiß ganz genau, sie fährt garantiert nicht zu einer Destination, wo es kein Friseur und kein Schulladen gibt. Richtig, richtig. Mein Mann kennt mich. Na klar, das sollten wir ja nur 30 haben. 33. So, da hinten sind wir. Was, jetzt 30 oder 30? Das ist fast wieder 30. Das ist das Wort, Sie können uns das nicht merken. Da hinten war gerade eine Wortmeldung. Eine Tapferkeitsmedaille. Hallo, Vanessa Pöhmann vom Klümenbach Publishing. Ich hätte eine Frage. Hallo, Karin und Robert. Wie sieht denn für euch der perfekte Urlaubstag aus? Also von aufstehen bis abend ins Bett gehen? Ja, kulinarisch auch. Das Essen muss auch gut sein. Ich sag heute nichts mehr. Nein, rede jetzt. Also ich schlafe im Urlaub sehr gerne lang. Und ja, es kommt drauf an, wo man in den Urlaub hinfährt. In die Sonne oder in den Schnee. Also in der Sonne sollte man die Sonne haben und im Schnee nicht schlafen. Oder? Ja, das ist schlüssig. Wenn der im Skierlaub ist und es am Schneuen ist, ist das auch scheiße. Nee, aber der soll Schnee nicht schlafen. Aber das sollte vorher schneien, bevor du losfährst. Ja klar. Beides. Nein, der sieht also so aus, dass wir auch ein bisschen länger schlafen und dann ausgiebig frühstücken mit den Kindern und dann unseren Programmtag besprechen, was wir alles so anstellen können. Oder? Hast du noch was dazu? Nein. Er hatte heute Sprachverbot von mir. Die Frau ist jetzt unter die intelligenten Blondinen gegangen. Ich kann ja nichts denken. Ich habe mich extra umfärben lassen. Hallo. Nee, ich arbeite dran. So, jetzt geht es aber hier los mit den Fragen. Mein Name ist Anke Sieker, Freelancer. Jetzt ist eine Frage an Frau Geis, weil Sie eben meinten, Sie sind durchaus auch sparsam. Bei welchen Sachen sparen Sie lieber und wo geben Sie auch gerne mal ein bisschen mehr Geld aus? Also, ich spare mit Sicherheit an meinen Textilien, auch wenn man so nicht glaubt, und auch an meinen Schuhen, weil ich kaufe sehr, sehr gerne immer noch in der Braderie ein, also im Soul bei uns in Frankreich. Und da stehe ich auch zu. Und natürlich beim Essen spare ich nicht so. Den hast du übrigens heute verpasst. Das weißt du, ne? Ich weiß, das ist auch für mich ein Drama. Das ist nämlich für mich immer... Das ist die Zeit überhaupt in Frankreich. Und es tut mir auch weh, nicht da sein zu können. Scheiße. Und natürlich beim Essen nicht, sollte man auch nicht sparen. Und natürlich sollte man auch bei Reisen teilweise sparen. Aber natürlich gehen wir in die besten Hotels. Aber ich möchte natürlich nicht das höchste Angebot dafür bezahlen. Viel Urlaub für wenig Geld. Viel Luxus für wenig Geld. Darf ich euch denn mal fragen, was macht denn Sonnenklar TV? Was habt ihr denn für Leute? Was wollen die denn von euch? Was wollen die einkaufen? Wo helfen euch da geistens? Das würde mich jetzt wirklich noch wissen. Also wir bieten ja bei Sonnenklar jede Reiserart an, vom 3-Sterne- bis zum 5-Sterne-Hotel. Unser Motto ist, Luxus zum bezahlbaren Preis zu haben. Da, die Reisen stehen natürlich für Luxus, aber eben auch Sonnenklar steht für Mehrwerte. Bei uns im Reisen gibt es immer was on top, eine Suite gratis, Upgrades gratis, typische Aktionsware, die wir dem Kunden anbieten, der immer nur in einem gewissen Zeitraum verfügbar ist und so eben die Begrenztheit da ist. Und dafür Luxusreisen bei Sonnenklar zum erschwinglichen Preis, dafür stehen ab heute dann bei uns die Geissens. Um da noch ein bisschen was drauf zu packen, zum Beispiel haben wir gestern Abend das Thema gehabt, Burschal Arab, eines der bekanntesten, vielleicht das bekannteste Hotel momentan, haben wir gestern festgestellt, dass es zum Beispiel bei uns auch immer wieder so ein Upgrade, was man bekommt, wenn eine Dubai-Reise bucht, Lunch im Burschal Arab und da wart ihr ja auch. Das habt ihr ja auch alles schon genossen? Ohne Fernsehen. Ohne Kameras. Also wir haben... Aber die lassen gar keine Kameras rein? Ne, glaube ich auch nicht. Aber ich muss sagen, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich habe einen sehr romantischen Abend, den man alleine gab und wir haben uns köstlich amüsiert. Worüber? Worüber? Über alles. Über das 8-Gänge-Menü. Ja, weil in diesem Burschal Arab ist ja dieses Aquarium in der Mitte, man sitzt ja rund um dieses Aquarium und ja über den Service, der sehr... Und über die Fische in dem Aquarium. Ja, also es war alles. Aber das muss man gesehen haben, das kann man nicht erklären. Die Fische sehen so ulkig aus, so... Ja, aber was? Dumm möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber... Teilweise waren ein paar Blonde dabei. Ja, ja. Aber komisch. Sorry. Mädels, wir sind alle gleich. Nur der Robert spricht den Scheiß. Ja, und jetzt kriegen jetzt die Sonnenklar-TV-Leute auf. Bitte? Das kriegen die Sonnenklar-TV-Urlauber auch. Zum Beispiel bei Dubai-Reisen gibt es hier das Essen im Burschal Arab und das ist eben eine tolle Geschichte. Und ich denke auch da sind auf jeden Fall Berührungspunkte da. Die waren schon immer vorhanden. Das Schöne ist, dass wir jetzt endlich zusammengekommen sind und dass man wirklich dieses fehlende Glied in der Kette gefunden hat. Denn ich glaube darum geht es auch vorrangig. Und wir haben Response, wir haben unglaublich Feedback bekommen auf Familie Geiss und auf dieses Zusammenwirken. Und das ist ein Feedback, klar, polarisiert wird, das ist ganz klar. Das ist aber auch genau das, was wir haben wollten. Und da bauen wir drauf auf. Und wir werden ja, denke ich mal, wir drei auf jeden Fall gemeinsam auf Reisen gehen. Und ich hoffe, zum Beispiel... Oh, da freue ich mich schon drauf, weil er liebt auch Schuhe. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist herrlich. Mein Name ist Kai Petzmann, ich habe mein Coming-out. Genau, ich bin Schuhfetischist. Genau so ist es. So, haben wir noch ein paar Fragen? Ja, da hinten. Werte Obermann, Freelancerin an die Familie Geiss. Sie sind ja schon viel gereist. Was ist Ihre Lieblingsdestination? Ja, das ist schwer zu sagen. Also, weil... Ich buche ja meistens die Reisen und ich buche sie natürlich dahin, wo ich mir verspreche, dass es also... Schuhladen gibt. Wo es viel Versprechen ist, dass es auch eine schöne Reise werden kann. Also, wir haben so viele wunderschöne Reiseziele schon bereist. Und da möchte ich mich auf eines nicht festlegen, weil ich fand sie einfach alle sehr, sehr schön. Du? Hast du? Also, so ein... Mein favorite... Ja, San Tropez. Da leben wir in Monaco. San Tropez. Das lasse ich jetzt außen vor. Ich reise ja jeden Freitag hin und jeden Sonntag wieder ab. Bestimmt. Das ist unser Lieblingsreiseziel. San Tropez. San Tropez. Hallo, Nina Beetz von der... Hi. Von der Frau im Spiegel. Ähm... Wo möchten Sie denn unbedingt nochmal hin? Jetzt auch speziell vielleicht mit Sonnenklar. Was haben Sie noch nicht gesehen und wo möchten Sie ganz unbedingt mal hin? Afrika. Ja. Das wäre so zum Beispiel ein Reiseziel. In Afrika bin ich noch nicht gewesen. Du auch noch nicht. Ne, das finde ich auch sehr prickelnd. Es gibt noch so viele Reiseziele, die ich mir vorgenommen habe in meinem Leben noch, weil man weiß ja nie wann es vorbei ist. Also man soll die Tage nehmen, wie sie kommen. Und ich möchte auch... Ich weiß gar nicht, ob die in... Habt ihr die Antarktis im Programm? Die Antarktis nicht? Aber ich könnte die Alaska jetzt gerade anbieten. Für 2.599 Euro. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Natürlich. Mit der Celebrity Century. Hallo? Ja, alles. Zum Beispiel. Also es gibt noch, da waren wir auch noch nicht. Und dann auch mit der ganzen Familie zusammen, mit den Kindern. Immer. Weil ich finde, es gibt nichts besseres, als den Kindern auch die Reisen zu zeigen, oder die Destination, die Welt, die Kulturen und alles. Und ich finde das sehr, sehr gut. Kinder haben nur leider zu wenig Urlaub. Ja. Schulig bedingt. Dankeschön. Bitte. Hallo, Armin Liesfeld, Freelancer. Sag mal, weil ihr euch nicht auf die schönsten Ziele festlegen könnt, wo geht ihr denn auf gar keinen Fall mehr hin? Wo war es denn ganz furchtbar? Was war euer schlimmstes Leben? Also das schlimmste Erlebnis, das haben wir ja heute schon ein paar Mal gesagt, war tatsächlich letztes Jahr unsere Karibikreise mit so einem Luxusliner. Das war tatsächlich nicht nur Altersheim, das war auch nicht so wie Busreise. Das war die größte Tupper-Veranstaltung, wo ich je in meinem Leben gewesen bin. Also sowas würde mir nicht nochmal passieren. Deswegen haben wir uns ja jetzt ein eigenes Boot gekauft. Wir machen das mit meinem eigenen Boot nochmal. Sag mal, warum sprecht ihr eigentlich dauernd über Urlaub? Ich dachte immer, euer Leben ist doch Urlaub. Ja, wir reden ja nicht über Urlaub. Ihr redet über Urlaub. Was ist denn der Unterschied zwischen Alltag und Urlaub? Ja, für uns eben keiner. Deshalb ist das für uns ja jetzt hier eigentlich auch eine einfache Veranstaltung. Achso. Wir machen jetzt einfach Werbung von unserem Leben. Oder für eine Firma, die eigentlich das verkauft, was wir das ganze Tag machen. Und das ganze Jahr machen. Okay. Also einzig die Kinder sind eigentlich an irgendwelche Strukturen gebunden. Das ist im Moment eben noch unser Problem, dass die Kinder ja schulpflichtig sind und in die Schule müssen und in die Schule gehen. Dementsprechend haben wir im Jahr eigentlich nur drei Monate zur Verfügung oder knapp vier, wo wir in Urlaub fahren können. Ab und zu nehmen wir sie mal Freitags oder Montags raus und machen ein verlängertes Wochenende. Heute habe ich sie raus. Das geht schon. Zum Beispiel heute. Aber trotzdem gelten an so einem klassischen Urlaubstag andere Gesetze als sonst? Nö. Deshalb wissen wir auch gar nicht, weil wir trotzdem einen Urlaub waren. Ist er netter im Urlaub, der Robert? Nein, der ist immer so, wie er ist. Ich höre das ja nicht. Die Leute glauben es mir zwar nicht, aber ich höre es wirklich nicht. Ist taub. Ja, ich meine, wenn man fast 34 Jahre mit einem Partner zusammen ist. 33 Jahre und 10 Monate. Ich kriege eine Tapferkeitsmedaille irgendwann. So. Jetzt habe ich ihm schon eine Nanny besorgt, damit er abhaut. Jetzt sitzt er immer noch neben mir. Wer sucht denn die Nannys aus? Ich habe gehört, die soll ganz hübsch sein. Ich suche die aus. Ja, ich hatte erst gedacht, ich suche mir eine bei Frauentausch oder bei Schwiegertochtersuch. Aber da hatte ich dann Angst gehabt. Die waren uns zu schön. Da habe ich mich an die Situation Schwarzenegger erinnert. Und da habe ich gedacht, das ist scheiße. Nimm dir lieber eine, mit der du konkurrieren kannst. Oder die mit dir. Ein zweites Ich. Ich in Jung. Und der wird ja nicht zweimal auf die Schnauze fallen. Du hast bewusst den gleichen Typus gewählt. Also ist sie blond auch? Logisch. Dann macht er nicht zweimal einen Fehler. Okay. Ich bin ja kuriert. Das nächste Mal nehme ich eine Dunkelhaare. Ja, eine schöne Dunkelhaare würde ich nicht nehmen. Ja, ist gefährlich. Die gehen meistens vom Typ weg, die Männer. Kann man das auch erklären. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schön from the inside. So wie sich das gehört. Haben wir noch Fragen? Ja, dann frage ich doch nochmal. Ich habe immer noch nicht begriffen, wenn jetzt die Smart Shopper bei euch auf SonnenklarTV ein Angebot kriegen. Ist denn ein Smart Shopper? Ja. Das erklärt am besten der neben ihnen sitzende Chef der Dianzen. Viel Urlaub für wenig Geld zu bekommen. Das sind bei uns die Smart Shopper. Und das zeichnet eben sonnenklar aus, dass wir sagen, die präsentieren im Fernsehen wirklich nur Angebote, die von unserer Redaktion geprüft sind. Die eine Bestpreisgarantie haben. Die eben diese gewissen Mehrwerte haben. Eben eine ganz besondere Reise, die es so im Markt nicht gibt. Und dadurch sind wir unvergleichbar. Und das macht eigentlich sonnenklar aus und so erfolgreich auch in den letzten Jahren. Weil der Kunde bei uns was bekommt, was er im Markt so nicht bekommen kann. Ja, super. Ich habe so lange nach dem Wort gesucht. Jetzt habe ich es gefunden. Wir sind Smart Shopper. Levere Leute. Oder Smart Urlauber. Deswegen weiß ich immer noch nicht, was ein Smart Shopper ist. Das bin ich auch. Das ist der, der das macht, was Andi gerade gesagt hat. Das ist ein Smart Shopper. Kommen dir jetzt noch alle mit? Also gibt es auch einen Smart Urlauber? Das wäre ja dann die Schlussfolgerung. Ja, ein Smart Shopper Urlauber. Gut. Dann habe ich das jetzt auch gekauft. Ja. Ja? Was sind denn die Geistkriterien, nachdem Sie ein Hotel bewerten oder eine Destination? Ja, das Hotel ist ja ganz klar nach Sternen. Also wir werden die ersten Reisen mit dem Geistungsunternehmen, wir werden nach Dubai gehen. Dubai steht natürlich für Fünf-Sterne-Hotels, für Luxushotels. Eine hohe Kundenzufriedenheit spielt natürlich auch noch mit rein bei den Hotels. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich nach Ägypten gehen und uns da die Hotelierie anschauen. Luxus zum bezahlbaren Geld muss es einfach sein. Also wir wollen hier bestimmt keine Suiten für 50.000 Euro am Tag verkaufen, weil das ist nicht sonnenklar. Sonnenklar ist es so, dass man sagt, man bucht ein normales Doppelzimmer und bekommt eine Junior-Suite on top. Das sind so die Reisen, die wir dann anbieten werden mit den Geistungsunternehmen. Also immer was Besonderes, dieses Besondere mit ihnen ausbauen und dann eben mit diesem Qualitätsstempel von den Geistungsunternehmen. So, ich miete mir dann die Suite und kriege die Präsidenten-Suite. Und wenn ihr die Präsidenten-Suite nimmst, dann kriegst du zwei. Für wen denn noch? Ist das Hotel? Ja, so weiß ich. Ach so, wenn ich... Ach ja, klar. Ja. Ganz kurz nochmal, Thomas Kriener. Wir haben jetzt schon gehört, was im Endeffekt bevorsteht. Das ist der Startschuss am heutigen Tage. Wie sieht das weitere Zusammenarbeiten mit Familie Geist aus? Was haben wir vorkampagnenmäßig, beziehungsweise wie werden sie bei uns eingebunden? Ja, ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Wir planen jetzt für den Januar, das ist unser Hauptbuchungsmonat, unsere wichtigste Zeit des Jahres, planen wir eine deutschlandweite TV-Kampagne, wo Carmen und Robert natürlich auch dann das Gesicht nach außen für sonnenklar sein wird. Aber wie wir schon angesprochen haben, auch viele Destinationen, viele Hotel-Checks, die wir dann eben bei uns auf dem eigenen Sender präsentieren und wo wir dann mit Carmen und Robert, die Urlauber, davon überzeugen können, dass sie wirklich einen tollen, luxuriösen Urlaub zu einem bezahlbaren Preis bieten können. Ganz einfach, Reisen mit Geißen. So sieht's aus. Wir hätten noch eine Frage hier hinten. Hallo nochmal. Eine Frage, muss es immer Luxusurlaub bei Ihnen sein oder haben Sie früher auch schon mal, nachdem Sie sich ja schon relativ lange kennen, Abenteuertrips gemacht, in Zelten oder mit Rumpen? Ja, unseren ersten Urlaub haben wir mit dem Zelt unternommen. Wann und wohin und wie sah das genau aus? Es war damals bei Altea, der Hafen heißt Luis Campomanes. 1895. Da hatten wir doch nicht so viel Knete. Ohne Knete keine Fete. Und dann haben wir uns ein Zelt gekauft und haben dann auf der Baustelle genächtigt. Aber es war ein Luxuszelt. Ich hab's toll eingerichtet. Also da war auch schon eine Matratze drin und alles. Und ich finde, wenn man doch am Anfang zusammenkommt und liebt sich, dann ist doch sowieso alles rosa-rot und das ist doch scheißegal, wo man ist. Heute müssen wir natürlich fünf Sterne haben. Ja, stimmt. Nach 33 Jahren und zehn Monaten. Am 31.12. werden's 34 Jahre. Ja, ist ja jetzt gut, wir wissen es ja jetzt alle. Darf ich nochmal der Presse was sagen? Ich bin keine 49. Ich stehe ja zu meinem Alter. Ich sehe vielleicht aus wie 58, aber ich bin 48. So, wenn ihr das bitte notieren könnt. Werde erst im Mai nächstes Jahr und closer werde ich 49. Aber man macht das schon ein bisschen, ne? Also in dem Alter, ne, sollte man auch auf die Tage gucken. Genau, zählt jedes Jahr. Zählt jedes Jahr. Gut. Schön. Jetzt könnt ihr dann alle in den Urlaub fahren. War es das? Habt ihr keine Frage? Ich glaube, da hinten ist noch... Hier vorne auch nochmal. Erst mit dem Rüstmikor. Gibt's so eine Schmerzgrenze, was so einen Tag Urlaub kosten darf? Gibt's da irgendeine Summe? Aber es kommt darauf an, was du für Urlaub machst und wie lang der Urlaub ist. Also ich hätte schon geschmerzt. Wird jetzt nicht unbedingt am Tag 5.000 Euro rausgeben. Um die Finanzen kümmert sich mein Mann. Ich hab da nichts mit am Hund. Ich zahle meistens mit Kreditkarten. Und wenn's zu teuer war, guck ich einfach auf den nächsten Auto nicht drauf. Guckst du sowieso nicht. Du hast in 18 Jahren noch nie dabei. Ja, stimmt. Aber vierstellig ist auf jeden Fall der Urlaubstag. Ja. Ja. Kann schon mal passieren. Und was waren die Teuerste, die ihr euch gewöhnt habt? Das war in Venedig. Da hatten wir die Präsidentin. Ja. Ja. Ne, der Fregas war teurer. Ne, der Fregas war teurer. Ja, stimmt. Letztes Fregas nicht. Nein, das stimmt nicht. Da hast du gewonnen. Ja, genau. Hab ich alles wieder geholt, weil ich die letzten Jahre verloren hab. Ne, 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 ne. Das war schon, das war Venedig. Ja. Was haben Sie gekocht? Sind Sie, Herr Präsidentin? 14. 14? Nicht 100. D-Mark damals noch, oder? Ne, es waren schon Euro. Ne, es war ja, es war zwei Jahre. Wollte mir mal was Gutes tun. Krieg ich aber auch heute noch auf den Butterbruch. Was kriegt Sie zu dem Hochzeitstag, den Sie dauernd hier, ähm, erwähnt hat? Es war wahrscheinlich ein Winken im Zaunpfahl, oder? Nein, ich wollte unbedingt, wenn ich Venedig war. Ne, ich weiß ja schon wo drauf, dass es wieder anspielt, weil er ist, glaube ich, nächste Woche. Stimmt. Ich werde dann die ganze Woche dran erinnert und vergesse es dann trotzdem an dem Tag, wenn es ist. Nein, sie kriegt nichts. Das hat er mich gerade genommen. 33 Jahre. Reicht doch, ne? Dass die Frau ja nicht zu viel verröhnen, ne? Meint jeder Tag mit ihm ist ein Geschenk. Ja. Sehe ich auch so. Ja, ist ja auch so. Das entschuldete mich nicht. Aber das Mikro dahinten ist eine Frage. Okay. Es gibt ja auch Destinationen jetzt speziell für Kinder, äh, zum Beispiel Österreich, Schweiz oder auch im Ausland. Würden Sie auch in so eine Destination fahren, wenn es, äh, passt für Sie? Haben wir gerade hinter uns. Wir waren nämlich gerade in Russ mit den Kindern, in einem großen Freizeitpark. Also sowas kann das natürlich auch passieren. Und wie, wer uns kennt, weiß ja, dass wir eigentlich fast den ganzen Winter über in Kitzbühel abhängen. Also die Kinder kennen natürlich auch Österreich. Abgehangen haben. In der Schweiz, die vermeiden wir. Weil da haben wir das letzte Mal eine Knolle bekommen, ne? 1.500. Wegen zu schnellem Fahren. So, die Schweizer sind da ein bisschen arsch-penibel. Also über die Schweiz fliegen wir im Moment drüber weg. Ich glaube, ich habe sogar Fahrverbot, ne? Obwohl sie schön ist. Nein, aber wir waren auch mal, äh, früher in, äh, wie heißt der Laden? Wuppertal. Nein, da wo man... Wuppertal. Wuppertal. Da war meine Mutter. Ähm, da wo man, wo man uns verlaufen hat. Ja, das war, ähm, wo man mit den Kindern hinfährt. Das französische Gedönskirche. Disneyland Paris. Nein, 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 nein. Ich weiß ja auch nicht mehr. Das ist doch so, 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 eigentlich für Kinder. Wie heißt das? 8.500. Weißt du das nicht mehr? Auf Sardinien. Das ist schon 18 Jahre her. Auf Sardinien? Hier, da waren wir damals. Weißt du das nicht? Club Med. Jaja, das weiß ich so. Ja. Da, da waren wir wirklich mal. Also wir haben uns da überreden lassen. Wo man sich verlaufen hat. Ja, da haben wir uns verlaufen. Da sind wir rausgezogen. Weil wir waren mit Freunden, die hatten Kinder und wir hatten zu der Zeit keine Kinder. Und dann sind die mit uns ins Club Med und wir kannten das noch nicht. Und da waren wir dann drei Tage und dann haben wir doch das Hotel gewechselt. Ne, wir haben das am ersten Tag gewechselt. Deshalb kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Wir haben da gar nicht geschlafen, weil das so kacke war. War das nichts? Ja, ja. Doch, gar nicht. Ich hab ja mein Geld doch nicht wiederbekommen. Ich hab eine Woche bezahlt und bin ausgezogen. Ja. Durch, dann passt das ja. Für Hervor, für Hervor. Sie sind immer so ehrlich. Ja. So. Deswegen haben wir ihn ja auch geholt, weil er so ehrlich ist. Ja. Ich hab ja nicht gefragt, ob das bei denen... Aber ist mir auch egal, weil wir stehen ja für Authentizität. Und Ehrlichkeit. Könnte ja auch sein, dass die heute renoviert haben. Ja, den Laden bestimmt. Das ist ja schon lange her. Okay. So. Haben wir noch Fragen? Keine Fragen mehr? Zum ersten... Von eurer Seite noch. Irgendwas, was ihr loswerden wollt. Zum Beispiel, wie unglaublich glücklich ihr seid, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Zum Beispiel. Ich gebe meinem Mann das Wort. Ich hör dir so gern zu. Robert, sag mal was Nettes. Was soll ich denn Nettes sagen? Ich bin immer... Ich sag immer was Nettes. Ich sag immer was Nettes. Sozusagen meine Frau. Sozusagen mal bei... Zwischen Sonnenklar TV und der Familie Geist. Okay. Wir freuen uns. Das spontane Abschlussstatement. Nein, bei mir ist es. Ich muss dazu was sagen. Also bisher bin ich für die Reisen immer zuständig. Jetzt kann ich es halt an... Ist ja ganz klar. An Sonnenklar geben. Ich rufe dann einfach an. Und die sollen wir jetzt mal eine geile Reise mit buchen. Vereinfachen mein Leben. Ja. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, so einen Werbepartner an unserer Seite zu haben. Weil das passt zu den Geistens. Also wo fahren wir hin am Sonntag? Am Sonntag? Athen. Ich buddel die Akropolis nochmal aus. Wir gucken, ob sie die mittlerweile wieder aufgebaut haben. Ob sie noch stehen. Wunderbar. Dann belassen wir es jetzt dabei. Wir haben die Kollegen natürlich noch, die jetzt gleich für Print zur Verfügung stehen, dass da eben noch Interviews gemacht werden können. Wo sind die Kollegen? Ja, genau. Also wendet euch bitte an unsere Kollegen, wenn ihr noch Interviewwünsche habt mit Familie Geist. Ansonsten bedanken wir uns ganz, ganz recht herzlich, dass ihr heute Morgen hier bei uns aufgeschlagen seid. Und wie ich persönlich finde, und ich denke mal, da spreche ich auch im Namen der Geschäftsführung, Marketing und so weiter. Wir sind unglaublich glücklich, diese beiden sehr sympathischen Menschen an unserer Seite zu haben. Und hoffentlich ganz, ganz lange auf. Eine tolle Zusammenarbeit und herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Wir sind treu auf den nächsten Abend. Danke an euch. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao zusammen, r нат